hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft millennium ja und wie schon gesagt werden wir jetzt erst mal ein bisschen zeug craften einmal jetzt schwebben bitteschön und dann lassen wir hier noch ein paar treppen draus so und dann dekorieren wir nämlich erstmal unsere treppen dass die gescheit aussehen dann machen wir unser haus hier richtig schön ich habe ja eigentlich gesagt dass wir das vielleicht so in dass wir immer mal so ein bisschen weiter dran rumbauen aber irgendwie macht mir das gerade spaß das bedeutet wir machen wir dekorieren jetzt einfach alles auf einmal und danach haben wir wieder nichts zu tun und hier unten machen wir das natürlich genauso und hier müssten wir jetzt mal gucken wie wir das machen da können wir und dann machen wir das einfach so ist das nicht schön ich finde das so irgendwie viel schöner wie ohne irgendwas so und dann bräuchten wir hier oben irgendwie noch falltüren da freue ich mich schon auf die 1.9 weil in der 1.9 da hat man das nicht mehr so dass man einen block braucht sondern da kann man falltüren einfach in die luft hängen ist einerseits ein bisschen komisch weil falltür die in der luft hängt macht halt ein bisschen wenig sinn aber so sonst an sich ist es eigentlich ganz nett so wie ging das noch mal so genau machen wir uns mal so viel und dann packt man die nämlich hier oben dran einfach damit wir hier mal eine tür haben so reicht ja eigentlich schon dann ist jetzt zwar so eine ritze aber macht ja nix das ist dann zwar immer ein bisschen nervig dass man die dann auf und zu und auf und zu machen muss wenn man die wenn man hier raus will eigentlich brauchen wir die hier auch nicht obwohl dann kommt ja luft rein dann zieht es ja hier drin nein das machen wir wieder so und wo ist schon wieder die eine falltür hin sag mal was ist denn hier eigentlich ich habe da eine falltür mehr gecraftet warum sind die denn so verbuggt da guck mal da liegt die wie kommt die denn hier hin bitteschön was ich kenne ist dass die hier so eine treppe runter purzeln aber noch nicht mal das funktioniert also dass es hat sich so einiges irgendwie verschlechtert zum beispiel das verhalten von items und was ich auch noch mega verschlechtert hat was uns jetzt mal wieder in letzter zeit sehr stark aufgefallen ist ist bei world edit der kompass funktioniert einfach nicht mehr richtig das ist jetzt schon länger so deswegen ein bisschen unnötig dass ich mich jetzt noch darüber aufrege aber ich finde es halt einfach dumm dass der nicht mehr so gut funktioniert früher also wer die funktion nicht kennt moment erstmal schluck trinken und okay wer die funktion nicht kennt da packst du halt einfach ein kompass sagen wir mal unsere uhr ist jetzt der kompass so nimmst du einfach den kompass und wenn du auf die wand drauf haust dann stellst du dich oben auf die wand drauf also auf den obersten block der wand sozusagen oder wenn du jetzt hier auf dem block haust dann stellst du dich auf dem block oben drauf wenn halt oben drüber platz ist sondern wenn du rechtsklick drauf machst dann portet man sich durch den block durch also dann würde ich jetzt hier auf der anderen seite der wand rauskommen aber jetzt seit irgendeinem update also seit den letzten mit den letzten updates hat sich das immer weiter verschlechtert sobald ich da auf die wand drücke dann portet er mich nicht nur durch die wand durch sondern auch durch die nächste und vielleicht auch durch die darauf folgende oder so das ist richtig dumm ich will in irgendeinen raum rein und anstatt dass er mich da rein portet klicke ich drauf und er portet mich einfach durch kompeten durch das komplette haus durch das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig aber egal das gehört jetzt ja eigentlich gar nicht hier rein deswegen davon nicht zu viel moment wir könnten doch ja ich wollte auch nicht schlafen wir könnten noch hier oben hier drinnen könnten wir noch ein bisschen dekorieren guck mal hier da können doch auch noch bilder ziehen hier so ein dickes bild genau so ein dickes bild so wunderschön und dann machen wir hier oben übers bett noch machen wir das mal hier da geht das auch mal ich finde übers bett passen bilder immer egal wie was da in der nähe ist nur nicht so groß erhalten nehmen wir zwei nebeneinander zwei nebeneinander sind langweilig warum fliegen die bilder das ist echt schrecklich so perfekt jetzt sieht es ja so aus als wäre da ein fenster wo der creeper dann durchgucken würde und so tada ich will doch auch gar nicht schlafen warum sagen die mir denn die ganze zeit dass ich nicht schlafen kann die wissen auch nicht was sie wollen also was ich will moment was haben wir denn hier eigentlich gebrannt ach genau hier haben wir die kartoffeln gebrannt hallo ich hole euch alle ab die kleinen kartoffels ok dann haben wir einfach mal ein paar kartoffeln gebrannt ja wieso noch nicht das habe ich ja schon wieder total verdrängt was man hier machen könnte wäre also so ne kommen wir machen ein großes bild hin so dann bräuchte man nur irgendwie eine chance da überhaupt wieder reinzukommen aber das lohnt sich ja nicht ich meine warum sollten wir in der singleplayer welt irgendeinen eingang verstecken das macht ja überhaupt keinen sinn wir könnten hier unten noch ein paar bilder hinhängen wachte mal hier können wir auch mal so richtig fette bilder hinhängen so was zum beispiel jawoll alter schwede genau das was ich wollte ja das ist auch genau das was ich wollte ja natürlich ja nee aber dann nehmen wir mal ein anderes ein anderes ein anderes großes bitteschön also ein größeres großes wo sind das ist natürlich auch nicht schlecht ja lassen wir das so wieso denn noch nicht obwohl das ist nicht so schön hoch dann will ich das liebe doch ja genau 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 dann setzt es halt noch mal genau dahin ich wollte das eigentlich eher hier oben haben dass das hallo so dass das hier so also das ist halt so weit oben bis zur decke geht wie das andere weil das finde ich nämlich schöner alter die bilder ja nicht so sondern das andere okay also ich weiß schon warum ich nicht so viel mit bildern dekoren dekoriere wir sollten uns echt irgendwie so beim teppich gesuchen halt stopp so da so fast dort ich könnte ja mal warte mal das mache ich jetzt mal ich gucke jetzt einfach mal wie so ein wandteppich ist wie ist er schon wieder da nur mannischer wandteppich wo ist er jetzt hin okay ja dann setze ich halt einen wandteppich und er verschwindet einfach mal wieso denn noch nicht auf dem boden kann man einen wandteppich auch nicht setzen macht irgendwie fast sinn ja nicht okay dann will der einfach nicht dass ich einen wandteppich setze moment ich lock mich mal kurz noch ein vielleicht ist dann was da eine kuh hallo aber eigentlich ne hä ok interessant ja also das mit den wandteppichen hat sich dann auch schon wieder erledigt oder ich bin einfach zu blöd dafür wandteppich zu benutzen das kann natürlich auch sein gucken wir mal gibt es hier vielleicht noch um sein papierwand das papierwand oho alter falter ist das jetzt so eine art fenster ja geil kannst du tatsächlich so ein wie heißen die dinger schon wieder ich komme gerade nicht drauf wie die heißen halt so ein teil ne so eine papierwand halt ihr wisst schon dafür gab es auch mal ein name ich komme jetzt so gerade nicht drauf weil mein namensgedächtnis einfach so mega gut ist so ganz ganz viele kartöfels und den rest könnten wir eigentlich runter bringen moment machen wir erstmal den hier wieder aus so wenn wir das nämlich alles noch hier runter in die kiste moment oder hätten wir sogar noch ein paar bilders gehabt oder moment hey nein hätten wir nicht das war gerade was anderes ich habe gerade irgendwie ich hatte gerade halluzinationen oder so so kommt unser knochen hin das hier könnten uns theoretisch mal markieren das hier wohin kommt das ist gerade gar nicht so eine schlechte idee so nehmen wir einfach mal so was für hier machen wir das immer auf die rechte seite so hier kommt ein blümchen hin welches blümchen nehmen oder nehmen wir so einen pilz pilze haben wir ja ok nein dahin das kommt dahin und das kommt dahin wunderschön so auch hier nehmen wir so ein bisschen lecker fleisch und da nehmen wir warum ist das da warum ist das da hat natürlich gut funktioniert und da nehmen wir einfach so ein weil wir einfach noch nichts für die piste haben und die müssen wir nicht markieren die passen schon so ok ja lassen wir das jetzt einfach so passt schon ähm das sieht irgendwie ein bisschen irritierend aus wir könnten natürlich die ganze wand voll klatschen mit bildern aber nee das möchte ich jetzt nicht achso wir könnten auch mal wieder gucken was denn dieser typ ist da so zu äh dingens sagt zu dingsbums wir könnten natürlich mal zu den maya gehen und gold verkaufen allerdings ähm war das gold verkaufen ja eigentlich ursprünglich okay ich bin aber noch einer von denen ähm eigentlich war das gold verkaufen ja ursprünglich dafür gedacht äh dass ich ähm okay da stehe ich hier mal fünf minuten da sind schon wieder alle weg ich hab so das gefühl die mögen mich irgendwie nicht nee das war eigentlich dafür gedacht dass ich halt ein bisschen geld verdiene bei der stadt hier beziehungsweise dass ich halt sachen verkaufe weil ein rang hieß ja äh handelspartner oder so oder keine ahnung auf jeden fall irgendwie ähm scheinbar hat das was mit dem handeln zu tun denke ich mal und deshalb ja hätte ich das halt mal versucht aber äh ja nö wenn sie das nicht möchten haben sie halt gelitten so ich würde sagen ich beende diese folge aber jetzt erstmal wieder für hier also für für jetzt für heute für ihr wisst schon was ich meine und dann ja jetzt in der nächsten folge weiter da habe ich schon eine idee was ich an dem haus noch mache ist mir gerade so eingefallen aber lasst euch überraschen das seht ihr dann in der nächsten folge wie ich das so ne das ist doch toll ich mache das komplett spannend mit offenem ende und so alter vater ich bin richtig professionell haha nee spaß also ähm ja vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss